Richtig, und jetzt? Alan ist irgendwo hier. Wir müssen ihn finden. Wie sollen wir Alan nur finden? Wir fragen die Leute. Guten Morgen. Entschuldigung, kennen Sie diesen Mann? Hier auf dem Foto. Er ist dort mit Sidi Ben Salat zusammen. Das riecht nach Ärger. Wer ist dieser Ben Salat? Ein Kaufmann aus der Gegend. Warum fragen Sie? Entschuldigen Sie, haben Sie kürzlich von einem Schiffbruch hier vor der Küste von Bagar gehört? Ja. Warum? Dankeschön. Bitte. Ich würde gerne etwas genauer wissen, was dieser Herr Ben Salat so für Geschäfte treibt. Eine Menge, ich weiß nicht. Also zieht dieser Ben Salat die Fäden. Hallo. Wissen Sie, ob dieser Mann bei den Überlebenden des Schiffbruchs war? Oh nein, oh nein. Ich weiß nichts. Wiedersehen. Wo bleiben Sie, Kapitän? Was sollen wir nur hier? Tut mir leid. Hallo. Wissen Sie, ob dieser Mann bei den Überlebenden des Schiffbruchs war? Dankeschön. Sprechen Sie Arabisch, Kapitän? Bitte. Hallo. Wissen Sie, ob dieser Mann bei den Überlebenden des Schiffbruchs war? Ja. Selbstverständlich. Wissen Sie, wo ich den Emir Ben Salat finden kann? Keine Ahnung. Dankeschön. Sehen wir doch mal hier nach. Sie geben nie auf, stimmt's? Ich kenne diese Sängerin. Was führt die denn hierher? Sie veranstaltet hier ein Konzert für Ben Salat. Glaub ich. Wissen Sie, wo ich den Emir Ben Salat finden kann? Von der Promenade aus sieht man den Palast. Sie wollen doch nicht allen Ernstes dort hingehen, oder? Verzeihung? Wissen Sie vielleicht, wo die Überlebenden des Schiffbruchs geblieben sind? Ein Schiffbruch? Dankeschön. Verzeihung? Wissen Sie vielleicht, wo die Überlebenden des Schiffbruchs geblieben sind? Keine Ahnung. Wirklich. Wissen Sie, wo ich den Emir Ben Salat finden kann? Dort im Palast. Sie sehen ihn von hier. Hier lang. Sind Sie Karim? Mohammed schickt mich. Was kann ich für Sie tun? War dieser Mann hier unter den Überlebenden des Schiffbruchs? Ja, bis gerade hat er noch genau hier gesessen. Dankeschön. Struppi, das ist dein Einsatz. Los! Musik 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 Woran denken Sie, Kapitän? Ich habe Durst, Hunger und die Nase voll. Waren Sie schon mal hier? Vor langer, langer Zeit. Ja. Das reinste Labyrinth hier. Wir verlaufen uns noch. Was meinen Sie, Kapitän? Meine Meinung? Wir sollten umkehren. Heurig! Was nun? Halt! Hier ist der Zutritt verboten. Nur Angestellte dürfen rein. Moment mal. Da war gerade ein Europäer. Und der arbeitet nicht hier. Ein Seemann. Hier war kein europäischer Seemann, Sidi. Was? Hunderttausend. Ruhig, Kapitän. Wir wollen nicht auffallen. Guck ihn dir an, diesen Billig-Berber. Was hat Alan nur in einem Palmenhain vor? Abstekte. Patoffeltierchen. Hey, pass doch auf. Du Dörrwisch auf Beinen. Was? Ich? Pass doch selber rauf. Knalltüte. Du Strengnabel. Süßwasser-Matrose. Hatschi-Bratschi. Tim, darf ich Ihnen Mohammed vorstellen? Einen alten Seebären und guten Freund. Hatschi-Bratschi. Wenn Alan in den Palmenhain gegangen ist, dann hat er einen geheimen Palasteingang genommen. Wo ist der? Das ist geheim. Aber zusammen finden wir ihn. Vielleicht. Ah, so seid ihr perfekt. Danke, Bruder. Euer Alan und dieser Ben Salat sind ganz dicken. Passt auf die auf. Das ist geheim. Oh, oh, oh! Sie erstaunen mich, Kapitän. Meinen Sie mich oder meine Verbindungen? Jaulende und heulende Höllenhitze. Schätze, wir sind bald da. Hunderttausend Höllenhunde, diese Hitze. Ja, geschafft, Kapitän. Und? Ich hab's. Mögen die Wüstenwinde mit euch. Tim, kommen Sie. Soll ich helfen? Ich helfe Ihnen. Ein wirklich prima Kerl, Ihr Freund. Ein Mann. Ich helfe Ihnen. Ich helfe Ihnen. Ich helfe Ihnen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Soll ich helfen? Sie wissen doch, was sie tun, oder? Sie gestanden! Sehr gut! Tim, kommen Sie! Ich helfe! Ich helfe! Ich helfe! Ich helfe! Hier drüber! Hey! Wo bist du hin? Wow! Bravo, Tim! Ich helfe! Ich helfe! Ja! Tudeln! Ich helfe! Ja! Hilfe! Ich komme, bin schon da! Sie kommen von allen Seiten! Wir müssen weiter! Was ist das? Hilfe! Hilfe! Der Kopf hat einen Schild! Der Kopf schiebt ihn! Der Kopf hat einen Schild! Und er hat einen Schild! Der Kopf hat einen Schild! Bravo, Tipp! Was ist das? Achibachi! Tordeliger Tollhatsch, Kurschtier! Hagel und Kräner! Wir müssen weiter! Wir müssen weiter! Schneller! Schneller! Wir finden schon, wonach wir suchen, Kapitän. Ich bin jetzt sicher, ob wir dasselbe suchen. Tim, Gamsi! Tim, Gamsi! Tim, waren Sie mal Pfadfinder oder sowas ähnliches? Ah, 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 ah. Oh, wasser! Oh! Marokko liegt nah ans Bein, weißt du? Wir sind fast nach... Fuck selber! Sehen wir doch mal hier noch. Und wenn wir Ellen nicht finden? Fragen wir Ben Salat. Ich wacke. Ich wacke. Ich wacke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Alle zu dir! Kameltreiber! Komm raus aus deinem Luch! Er gibt dich! Es reicht! Wenn ich dich zu fassen kriege! Komm her! Stopp! Komm her! Hier trennen wir uns, Vögelchen. Ich glaube, wir müssen uns von außen nähern. Hier lang wird es sicher schneller gehen. Dieser Ben Salat scheint schon sehr reich zu sein. Warum nur interessiert er sich für die Einhorn? Maximus, Nestor, hier! Hier drüben, zu mir! Nimm das! Pass! Pass! Ah! Ah! Ruah! Tja! Ruah! Ah! Los noch! Ja! Nimm das! Tja! Komm zurück! Hey! Komm her! Hey, halt! Und der Kapitän machte sich gerade mit der Castafiore bequem. Weiter, Struppi! Guter Junge! Ruf! So, er wird es? Tja! Ruf! Tja! Also, noch mehr. Tja! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wunsch tausend! Sechse Upser, was kommt das hier jetzt? Braut an die Saarze! Anlei Schissen! Wunder, tu es nicht! Und den Braten! Hey, wo ist's? Süß! Lektomanen! Sklavenhalter! Wunder! Wunder und Wunder! Elender Parteranen! Fliegeln! Wecklomanen! Neganomane! Schubzvegetarier! Prost für! Neganomane! Vespote! Halt, 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 Halt! Halt, Halt, Halt! Halt, 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 Halt! Halt, 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 Halt! Halt, 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 Halt! Halt, Halt, Halt! Halt, 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 Halt! Halt, 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 Halt! Halt, 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 Halt! Halt, 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 Halt! Halt, 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 Halt! gesagt. Verflucht seist du? Nein, danach. Zitterall? Räudiger Seehund? Nein, nein. Sie sagten, wir folgen dir. Bis auf deine verfluchte bretonische Insel? Das ist es. Dort müssen wir suchen. Irgendwo in der Bretagne. Wieso? Wo denn? Nordfrankreich. Das Versteck ihres Urahnen. Eine Insel oder eine Grotte. Etwa hier. Sind sie bereit, in seine Fußstapfen zu treten? Wie es scheint, war ihr Vorfahrt doch gar nicht so ein Feigling. Kurs auf die Bretagne, Matrose! Ja! Einstarten! Höfe Monsionen! Wenn Salat wird sich ja tobt! Er wird alles tun, um uns zu finden. Los, fangen wir da! Oh! Zartansprachen! Proglodyten! Lumpen! Pausieren! Lumpen! 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 Bräder! Träte uns! Oh! Lumpen! Nen Scharfen! Halbe Portionen! Klosstampfer! Kartoffelziechen! Neandertaler! Los! Das war verschwitzt fest! Galt, Vogel! Weg mit der Schweißfliege! Schweißfliege! Hier sind sie los! Bravo, Kapitän! Blattfüßige schnabelt ihr! Fangen Sie lieber! Das finde ich entspannender! Kennen Sie überhaupt den Weg? Wie immer! Ist das der Weg nach Frankreich? Fahren Sie einfach! Das ist alles, was jetzt zählt! Ja! Not für Sie. Not für Sie! Losar! Die Löwen! Die Löwen! Die Löwen! Die Lewen! Die Lewen! Die Lewen! Die Lewen! Aber so werden wir doch nicht etwa bis nach Europa fahren. Keine Sorge. Da drüben, da, ein Flugzeug. Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Kopf hoch, Kapitän. Haben wir sie abgeschüttet? Was glauben Sie? Eigentlich nicht. Dann sollten wir nicht kröbeln. Ein Motorrad wäre mir lieber gewesen. Die schießen auf uns. Ist es normal, dass wir unter der Erde sind? Anstatt in der Luft? Wo kommen nur all die Steine her? Was ist denn das einzelne Steinlabyrinth? Ben Salat wird alles daran setzen, uns zu schnappen. Genau das machen wir so. Moment. Wo rutsch sie? Ist das hier wirklich der schnellste Weg nach Europa? Alle Wege führen nach Rom, Kapitän. Die Zeitungsartikel, die sind hier ungeschützt. Die Hülle hält allen Angriffen stand. Also sowas, ihr Freund Ben Salat tut wirklich alles, um uns aufzuhalten. Ben Salat ist nicht mein Freund. Mit so großen fliegenden Insekten hatte ich noch nie zu tun. Ich erklär's später. Ich will raus aus der Blechtiste. Sieh! Kreuz mir die Fische, Pirat! Ja! Auf in die Bretagne! Und wo genau in der Bretagne? Bitte schön. Dort, diese Insel. Das ist sie, 100 Prozent. Sie sind ein Prachtkerl, Tim. Ist mein Job, Kapitän. Ja, und mein Leben. Ha, 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 ha! Ah, ha, 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 ha! Endlich daheim. Vielleicht wird's jetzt etwas ruhiger. Glaube ich kaum. Die Banditen sind überall. Bis sie. Da, die Ruin. Das Versteck von Ritter Franz. Wir können hier nicht wassern. Suchen wir einen Landeplatz. Da drüben, auf der Insel. Fotografieren Sie den Ort, Kapitän. Hier die Kamera. Wackeln Sie mich so. Ich krieg das Foto nicht. Hab's fast im Visier. Ich hab's gleich. Das war's. Ja. Da. Alan ist uns zur Zeit Männern gefreut. Was sagten wir? Geht's noch nicht. Die schleichen hier überall rum. Wir sollten zuerst noch ein paar Fotos schießen. Da lang. Wo sind sie? Weitersuchen. Stimmt. Wir müssen zuerst ihre Schlafboote finden. da bleiben. Da knähen. Geht in die Hand. Aber Vorsicht! Machen Sie sich bereit! Wo sind Sie? Okay, noch eins und wir landen! Ich werde auch noch als Reporter enden! Da drüben! Bereit! Gehen Sie ran! Haben Sie immer eine Kamera dabei? Ist mein... Doch, ich weiß! Bravo, Kapitän! Landen wir jetzt! Nikolo Kravski! Knaztologen! Analverbeben! Vorsicht! Räuniger Rollmops! Moratutal! Guano-Sammler! Grapmas! Evalumane! Geschafft! Jetzt landen wir! Das wurde aber auch Zeit! Alles okay, Kapitän? Wir müssen zur anderen Seite! Dort ist ein Weg! Vorwärts! Allen ist da lang gegangen. Oh! 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 Äh! Könnten Sie hier ins Gedächtnis rufen, was wir hier wollen? Das Geheimnis der drei Pergamente ruht hier. Ich weiß es. Sehr gut. Weiter, Tim. Hier ist alles in Ordnung. Wir sind mehr Zeit im Wasser als obendrauf. So ein Glück macht der Feuchtigkeit nichts aus. So ein Glück macht der Feuchtigkeit nichts aus. So ein Glück macht der Feuchtigkeit nichts aus. Oh, mein Gott. Ja. Ja. Oh. 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 Hey! Hier drüben! Alarm! Seid lieb! Komm raus! Kapitän? Ja, ich bin hier. Alles in Ordnung. Ich komme! Bin gleich da! Ah! 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 Wir hätten in diesem arabischen Palast bleiben sollen. Los, die Warten! Hey! Nur Mut, Kapitän! Hey! Wo bist du? Oh, oh, oh! Ah! Oh, oh, oh! Beste! Oh! Oh, oh, oh! Was denn? Ich hab ein Déjà-vu. Ich helfe Ihnen. Tim, kommen Sie! Ich helfe Ihnen. Aufpassen, als wäre das schon mal passiert. Die wollen uns bestimmt gebären Empfang. Soll ich helfen? Ich weiß, woher... Ich helfe Ihnen. Ich helfe Ihnen. Ich helfe Ihnen. Ich helfe Ihnen. Arriba, das war doch! Ein Monobist! Kenuk! Es Kenuk! Komm her! Sie haben lange gebraucht! Ich habe nur... Sie glauben mein Urahm kam nach dem Untergang der Einhorn hierher? Das ist gut möglich! Was? Pass auf! Diese Gäste sind total... Nimm das! Ich freue mich an das selber! Und so laufen! So, bereit! Gehen wir Kapitän? Nur keine Eile! Na los Kapitän! Na los Kapitän! Untertitelung des ZDF, 2020 Ah! Kommen Sie, Kapitän. Hey! Hilfe! Ha! Ha! Woo! Es weg! Mehme! Was? Oh! Oh! Ja! Soll wir gehen? Soll ich das? Soll ich das? Soll ich das? Soll ich das? Oh, ja! Sehr gut. Struppi, komm doch mal her. Wir brauchen deine Hilfe. Hier geht es nicht weiter. Versuch du's mal. Potz Blitz hier unten ist aber schlau. Darum sind wir Freunde. Und ihr Freund? Was ist denn der Schlau? 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 Laufen Sie! Schnell! Schneller! 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 Der Höllenhunde. Das kommt mir bekannt vor. Waren Sie schon mal hier, Kapitän? Noch nie. Fast geschafft. Ja, meinen Sie? Ich weiß nicht. Hören Sie das? Sie sind nah. Soll ich helfen? Halt da! Kapitän? Gehen Sie ohne mich. Ich kenne noch einen Weg. Hey, komm zurück! Ah! Vielleicht hätte ich beim Kapitän bleiben sollen. Seit der ganze Schlamassel anfing, haben wir noch keinen Happen gegessen. Was? Kapitän? Keine Sorgen. Ihr lebt uns im Ausgang. Keine Sorgen. Keine Sorgen. Keine Sorgen. Gehen Sie? Keine Sorgen. Keine Sorgen. Was? Oh Nur nicht nach unten sehen Oh Klingt wie der Kapitän Seine Stimme ist seltsam Wollf, bleib wo du bist Wollf, bleib wo du bist Wollf, bleib wo du bist Die Pergamente Wo sind die? Pergamente Klobautermann Alte Pottwand Die Vorfahren des Papageis hatten wohl Unterricht bei Ritter von Adok Verfluchte Rekken Klobautermann Die Pergamente Die Pergamente Wo sind die? Pergamente Verfluchte Rekken Oh 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 Alan! Schon wieder! Der Kapitän muss in der Nähe sein. Kapitän! 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 Hey! Kapitän! 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 Was zum Kuckuck ist? Der flixte Vogel! Hey, du... Keinen Mucks! Warum konnte das nicht eine einsame Insel sein? Los geht's! Kapitän! So antworten Sie doch! Oh! 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 Ohne den Kapitän komme ich diesen Pergamenten nie auf die Spur. Oh, hallo. Wie schön, dass wir uns mal wiedersehen. Zappel nicht so rum. Sie glauben, ich halte still? Keinen Schritt weiter. Du bist wirklich ein sehr kleiner Bursche. Enok ist all der Kühe nicht mehr. Lassen Sie das meine Sorge sein. Zeig mir deine Hände. Kam und kämpfe. Willst du wohl aus deinem Loch riechen? Ich weiß, dass du... Zeig mir deine Hände. Ergeben Sie sich, Alan. Und wenn nicht, hättest du mir die Polizei auf den Hals? Bleib schon stehen. Haben wohl keine Puste mehr. Kapitän, alles in Ordnung? Alles okay. Vielen Dank, Tinnen. Helfen Sie mir doch mal. Los, will ich. Und dann kommt die Puste. Und dann kommt die Puste. Ich kann sie mal. Ich kann sie mir doch mal. Untertitelung. BR 2018 Die Einhorn. Habe und Granat. Diese Kreuze. Was bedeuten sie? Und dieser Satz. Denn vom Licht kommt das Licht und wird leuchten. Das Licht. Das Tageslicht. Ja und? Ja. Halt, die Schreie! 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 Ebermacht, die Schreie! Äh? Du wittst wohl auch nährt! Zeig's ihnen! Lass sie mir! Woh-haha! Satansmann! Ja! Eingelegter Hering! Halt, die Schreie! Horst! Vorwärts! Ihr seht doch, er ist allein! Allein? Nein! Nein! Männer! Süßwassermachrosen! Krust dir! Süßwassermachrosen! Ushermachrosen! Oh! Ach! Uh! Weih die Schreie! Ah! Die Knallscharge! Weih die Schreie! Es reicht, Adok. Bringen wir es zu Ende. Er hat bis zum Schluss gekämpft. Dann starb er? Nein. Sieh mich an, Hund. Ich bin Rackham der Rote. Sehr erfreut. Und ich heiße Franz von Adok. Deinetwegen sinkt mein Schiff. Also nehme ich deins. Meine Männer holen bereits die Beute. Und mehr wolltest du mir nicht sagen? Nein. Ich wollte sagen, deine Halsstarrigkeit kommt dich teuer zu stehen. Morgen, ganz früh, liefere ich dich meinen Männern aus. Und meine Schäfchen wissen, wie man jemanden auf kleiner Flamme röstet. Beim ersten Lichtstrahl ist es vorbei. Bis dahin bleibt noch viel Zeit, Rackham. Gott lieblich. Ja, ha, ha! Geht euch gut, meine Schäfi. Geht euch gut, meine Schäfi. Hunsfot, was hast du vor? Du willst uns wohl alle in die Luft jagen, hm? Ja. Außer dir. Du schmeckst erst noch eine Klinge. Bei allen Hunten auf! Jetzt rasiert er. Sesselbubs am Hut. Widerstand ist zwecklos, Adopt. Mein Lieger Hund. Mein Lieger Hund. Zweifst ihn. Fahrwärts, Segel. Verfluchter Adopt. Erledigt ihn. Ja. Gangster. Eingelegter Helik. Gestrandeter Mahl. Nehmt das! Schnell raus! Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich habe sogar geslegt. Du, ich prospectische Trö議 und siehle. Geh gehoeve, die sich ansichern. durch die Neusartmaschine. Nee, Sch Dankeschön zu, dem wir hinten doch noch ... Of Livetree und hier nicht möglich. Ich depthiere das regimesesight das ط MêmeIO. Oh, ohилась undrane Secrets. Haha! Du hängst wohl noch an deiner Einhorn, hä, Nadok? Aber sie hat mich längst aufgegeben. Ha! Angalt! Stattetat! Rack, wie ein Verfluchter! Kann die Farbe! Hagel unternommen! Ein Schiff gibt sein Kapitän niemals auf. Rack, der Rote ist nicht mehr! Sieh! Kapitän! Ich hab's! Beim ersten Lichtstrahl ist es vorbei. Das ist die Lösung! Denn vom Licht kommt das Licht und wird leuchten. Sehen Sie? Das ist die Lösung! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hagel und Granaten. Das sind Koordinaten, Längen und Breitengrad. Der Ort, wo der Schatz der Einhorn liegt. Wir müssen runter von der Insel. Schnell! Dann los! Ich helfe Ihnen! Nach Ihnen, Kapitän! Elende Halsabschneider! Strandhaubitzen! Ach, Ikonoklasten! Zechbreller! Hey Tim, verschwinden Sie! Für Euch ist es vorbei, Kleiner! Noch nicht, Alan! Jetzt schaust Du dumm aus der Wäsche, was? Es ist ganz einfach. Du gibst mir die Pergamente oder ich schicke Hedog auf den Grund des Meeres. Technokraten! Technokraten! Söldnerseelen! Los, entscheide Dich! Die Pergamente oder er stirbt! Sie sind ein Erzerlunke! Sie sind ein Erzerlunke! Ein Bandit ohne Treue und Ehre! Jetzt... lassen Sie ihn frei! Jetzt kommt Dein Einsatz, Tom! Schnell, Tim! Beeilung! Feuer an Bord! Peter! Peter! Schnell! Schau! Ich komme! Haben Sie die Pergamente? Nein. Sie geben auf? Allen ist bestimmt schon lange weg. Wir sind aus dem Spiel. Glauben Sie wirklich? Wenn wir doch nur die Koordinaten von den Pergamenten notiert hätten. Diese hier? 51 Grad, 18 Minuten, 21 Sekunden Nord. 3 Grad, 11 Minuten, 41 Sekunden Ost. Ja. Was? Ich bin Kapitän Haddock. Direkt danach komme von Franz von Haddock. Auch ich fahre schon lange zur See. Die Koordinaten zeigen einen Ort auf dem Festland. Vielleicht Belgien. Zwei Meilen von Brüssel. Mühlen hoch. Pass bloß auf. Dort war das erste Pergament. Dahin wollen Sie. Dann ist das auch unser Ziel. Ei, ei Kapitän. Halten Sie sich fest, Junge. Da Bernbücher. Anker los! Wir freuen! Der roi! Johannes! Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Rödinger Rollwachs! Orangutan! Es ist noch nicht vorbei! Schicken Sie die Terrenat von E.O. Duanus-Sammler! Labaut, ihr Männer! Der Abmaß! Würden Sie mir das Fliegen beibringen? Wenn Sie mir beibringen, ein Boot zu steuern? Haha! Abgemacht! Vorsicht! Wackelt wo dich! Heul der Höllenrunde! Auf E.O. In Weckung, Kapitän! Wackelt wo dich! Beganomane! Na gut! Tun Sie doch was, Tim! Labauter, Männer! Gut gemacht, Kapitän! Gewonnen! Und jetzt, Kurs auf Mühlenhof! Ähm, was ist Mühlenhof eigentlich? Noch so eine Bruchpude? Donner und Doria! Was für eine Prachthütte! Gehen wir! Ganz leise! Kapitän! Was ist? Äh, Tim? Reichen Sie mir doch mal den Plan der Einhorn! Sie passen genau übereinander! Sie passen genau übereinander! Jetzt wissen wir, wo wir suchen müssen! Sie sollten das ja anziehen, bevor Sie mit den Schurmen plaudern! Das verstärkt sicher meine Argumente! Was? Er ist stark! Ja, in die Korpsen! Echt? Na, eigentlich nicht! Wenn du bei den Schurmen in den Schurmen messst, Stopp! Der Hör! Hey, da ist er, heim? Tiens! Hilfe! Hinn, das! Tiens! Warten Sie! Kapitän! Schneller! Keine Ton. Haben Sie schon mal die Wirs? Es ist noch gar nicht so lange her. Sehen Sie, da! Was ist denn das? Und, was machen wir jetzt damit? Ich habe eine Idee. Zurück in den Marinesalon. Für wen waren die Einhörner? Die passen zusammen? Mal sehen. Und? Voila! Das hier passt auch. Das ist Nummer drei. Bringen wir die Kreise in eine Reihe. Ich habe Hungover. Ich habe nicht Tauschkause. Okay. Tschüss. Und? Musik Ja! Excellent! Oh, es bewegt sich! Heureka! Glückwunsch, Herr Doc! Du hast uns die ganze Arbeit abgenommen! Schafft mir diese Eindringlinge sofort vom Hals! Ein für allemal! Mir egal wie! Allmächtige! Danach wird das Schloss nicht mehr! Ja! Ha! Ja! Hey! Komm schon rein! Hey! Wo bist du hin? Sein Lieb! Komm raus! Komm schon rein! Ich brauche mehr! Sind Sie in Ordnung, Kapitän? Ich hatte ihn! Hey! Hey! Richtig! Danach wird das Schloss nicht wiederzuerkennen, Pfarrer. Hey! Hilfe! Kapitän! Peter! Wie kommt der hierher? Vorwärts, Tim! Hilfe! Kapitän! Hilfe! Kapitän! Hilfe! Kapitän! Komm zurück Werden wir die beiden denn niemals los? Halt oder ich schieße Komm zurück Komm jetzt noch fahr raus, hörst du? So hören sie doch auf Raus mit euch, ihr Idioten Was? Megalomane Vollidiot Anarchist Scherps Nasen So hören sie doch auf In Pass mit euch, ihr Idioten Hilfe, Kapitän Kapitän Alles in Ordnung? Alles okay Vielen Dank, Tim Erdark! Erdark, nicht schon wieder Zurück, Junge Es ist an mir, diese alte Geschichte aus der Welt zu schaffen Der dreht durch Knie vor deinem Kapitän Schraubst du mit der Fabianer? Hoos Ah, hoos Erdark, nicht Hier, nängen sie hart Oh 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 Da ist er, Rackhams Schatz. Ja, wirklich, da, da. Tausend heulende Höllenschätze von Rackham dem Roten. Wir haben ihn. Wundervoll. Smaradden, Rubine und jede Menge Dienste. Einfach herrlich. Und da ist noch etwas. Was ist das denn? Eine Schenkungsurkunde? Oh, gezeichnet vom König. Wir, Ludwig von Gottes Gnaden, sind willens und geneigt, unseren teuren und geliebten Franz, Ritter von Adoc, in Anerkennung seiner großen Verdienste, seine Gebühren zu entlohnen. Seine großen Verdienste. Daher belehnen wir ihn und seine Nachkommen mit Gut und Schloss Mühlenhof. Was heißt das? All das gehört mir? Was war das? Sehen wir nach. Sie! Bleiben Sie stehen! Sie sind verhaftet! Ich würde sogar sagen, bleiben Sie haften, so wahr wir hier stehen. Wer sind Sie? Gestatten Schulze und Schulze. Wir sind Polizeibeamte. Meine Herren, ich bitte Sie. Ihm gehört dieses Schloss. Finger weg, Einfallspinsel. Na nun, ist das nicht unser junger Freund Tim? Ich würde sogar sagen, Tim, der junge Reporter. Was machen Sie denn hier? Wir wurden angerufen. Es war von Schüssen und Krawall die Rede. Ich möchte sogar sagen, von Küssen und einem Ball. Der Kapitän wohnt hier. Er ist ein tapferer, aufrechter Mann, auf dem man sich verlassen kann. Danke. Na gut, wir nehmen Sie alle mit. Dann sehen wir weiter. Habe ich noch Wasser in den Ohren? Oder sagten Sie, ein Mann, auf den man sich verlassen kann? Ich würde sogar sagen, ja, Kapitän, ein Freund. Ha, 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 ha.